Hi, ich bin die Niki. Willkommen zurück auf meinem YouTube-Kanal. Wir machen jetzt eine schöne Dayo-Einheit und zwar heute aus Marsholm. Ich bin hier im Urlaub und ich lasse es mir nicht nehmen, heute für euch mit dieser schönen Kulisse ein Video zu drehen und ich hoffe, es rauscht nicht zu sehr, denn es ist brutal windig. Aber nichtsdestotrotz, du musst mich eigentlich auch gar nicht verstehen, denn es ist eigentlich nur wichtig, die Musik zu hören und es zu fühlen, ein bisschen zu schauen, aber viel mehr brauchst du nicht. Dayo mache ich auch gerade über Zoom, also falls du mal Lust hast, über Zoom live dabei zu sein, dann hast du die Möglichkeit, über meine Website das Ganze auszuchecken und da findest du immer alle aktuellen Kurse. Jetzt würde ich aber sagen, lass uns loslegen. Atme mal tief ein. Und aus. Tief einatmen. Und aus. Nochmal tief einatmen. Und aus. Kreis mal schön deine Schultern nach hinten. Du kannst noch leicht reinbauen. Immer nur deine rechten. Und deine Schultern nach hinten. Nochmal tief einatmen. Ohren auf. Bein. Ohren auf. Nimm deinen rechten Arm hoch. In die Seite. Komm tief. Und linke Arm hoch. Und in die Seite. Komm nach unten. Und tief. Atme tief ein. Und aus. Mal richtig schön durchschieben. Einatmen. Und tief einatmen. Und aus. Mal die Schultern nach hinten kreisen. Und nochmal rechts und links im Wechsel. Es ist schon ein bisschen frisch, muss ich ehrlich sagen. Aber uns wird es ein bisschen warm hoffentlich. Mein Freund steht auch bei Mudi da. Im Hintergrund. Und bei dir im Brunstum ist es bestimmt angenehmer. Atme tief ein. Und aus. Also es ist halt schon schön. Noch mal tief ein. Und aus. Und aus. Noch mal die Schultern zurückkreisen. Das war unser kleines Wormacken. Jetzt kommen wir zum Hauptteil. Atmen noch mal tief ein. Und aus. Lassen wir richtig durchschwingen. Ein und aus. Wunderbar. Jetzt haben wir uns ein bisschen eingeschwungen. Wir sind schön angekommen. Letzte noch. Nehmen wir deine Arme lang nach vorne. Und zwar lang hoch. Und mach dich hier rund. Lang hoch. Und rund. Komm lang nach oben. Und tief nach unten. Mach dich schön rund, wenn du nach unten kommst. Lang. Und tief. Gerne auch leicht in die Überstreckung. Letztes Mal. Achtung. Nimm mal deinen rechten Fuß hoch. Hopp. Mach mal einen kleinen Crunch. Komm wieder hoch. Und setz ab. Linke Spine. Auf. Uiuiuiui. Hüppi. Auf. Und ab. Rechtes Bein. Kleiner Crunch. Und tief. Achtung. Lass mal das Bein stehen. Erstmal die andere. So. Crunch rein. Öffne dich mal. Öffne dich mal. Öffne dich mal. Und wieder abstellen. Arm lang. Hoch. Crunch. Crunch. Sehr herausfordernd mit Wind und Unebenheiten. Aber genau das freuen wir ja. Kleine Herausforderung fürs Gleichgewicht. Und noch mal tief. Tief. Nochmal. Kumpo. Heran. Raus. Und tief. Achtung. Wir gehen ein bisschen weiter. Komm mal hoch. Heran. Jetzt überkreuz mal hinten. Mach dich klein. Öffne dich wieder. Und komm zurück. Arme lang. Ranziehen. Seite. Hinten. Und tief. Nochmal. Aus. Und ran. Und ran. Öffnen. Tief. Raus. Und ran. Und ran. Wir gehen nochmal ein bisschen weiter. Komm hoch. In die Seite. Und ran. Nochmal. Komm hoch. Hoch. Knie ran. In die Seite. Und vor. Und ran. Das ist doch der erste Block. Ellenbogen ran. Komm raus. Überkreuz. Und tief. Nochmal. Komm hoch. Hoch. Und ran. Mach dich klein. Öffnen. Tief. Raus. Und tief. Schulterkreis. Das ist unser erster Block. Im zweiten Block wird es ein bisschen herausfordernder. Aber das kriegen wir hin. Aber erstmal nochmal den ersten Block. Okay? Schön durchschwingen. Wir starten in vier, drei, zwei und Achtung, komm nach oben. Mach die Arme lang. Und komm ran. So langsam wird es noch wärmer. Überkreuz. Nochmal hoch. Achtung. Atme tief ein. Und aus. Komm mal in die Rumpfbeuge. Komm mal hier in die Tischposition. Die Arme lang. Und nochmal tief. Nimm dein rechtes Knie gleich nach oben. Halt. Setz langsam ab. Atme tief ein. Los geht's. In die Rumpfbeuge. Tief. Adler. Arme lang. Rücken gerade. Tief. Linkes Knie. Knie ran. Oh oh. Halt. Und komm langsam nach unten. Nochmal. Wir gehen einen Schritt weiter, dass es ein bisschen leichter wird für mich. Und tief. Adler. Rechtes Knie. Mach dich mal lang nach hinten. Arme in die Luft. Hüfte vor. Knie richtig schön stabil. Wir machen den Krieger 1 High Lunge. Komm mal von hier tief nach unten. Lass dich fallen. Und dann wieder öffnen. Komm langsam zurück nach vorne. Arme tief. Nochmal von vorne. Einatmen. Und aus. Innen Adler. Nochmal tief. Linkes Knie. Ran. In den Krieger. Halt hier. Hüfte vor. Arm lang. Schultern weit weg von den Ohren. Komm hier tief. Arme lang. Öffnen. Komm wieder zurück. Atme tief ein. Und aus. Adler. Komm tief. Arm lang. Achtung. Du schiebst dich jetzt auf die Seite. Und zwar in den Krieger 2. Dein linkes Knie bleibt stehen. Schultern weit weg. Hüfte öffnen. Hals. Komm von hier mal. Mit der linken Hand zurück. Lang nach hinten. Und dann schwingen einfach ruhig. Komm wieder zurück nach vorne. Atme tief ein. Und aus. Tief ein. Adler. Und aus. Linkes Ball. Lang. Krieger. Tief. Trigger 2. Trigger 2. Dreh dich. Komm nach hinten hin. Und dann hier durch. Rotieren. Stimmen. Und wieder vor. Atme tief ein. Und aus. Adler. noch mal tief einatmen. Und aus. Und aus. Und aus. Adler. Achtung, komm mal vor in die Liegestütze, halt ein bisschen die Spannung, von hier kommst du mal tief auf den Boden, schieb dich mal leicht nach oben, dein rechter Fuß flippt nach oben, jetzt schieb deine rechte Zehenspitze auf die linke Seite, dein rechter Arm geht über den Kopf, mach dich lang und komm tief, wieder zurück, linke Seite, linke Zehenspitze, Fuß absetzen und hoch lang, komm wieder tief, schieb dich zurück, herabschauender Hund, rechtes Bein hoch, komm vor, großer Schritt, wieder zurück und roll dich langsam nach oben auf, atme tief ein, hol auf, Adler, aus, linkes Bein hoch, Flieger, und komm tief, schieb deine rechte, leichte Cobra, linke Zehenspitze, immer zuerst, rotier dich in die Seite, mach dich nur lang, komm tief, und komm langsam nach oben, langsam langsam, feist die Schultern, wunderbar. Ein kleiner Bodenteil eingebaut, klein, aber fein, wir machen alles, alles von Anfang an, okay? Atme tief ein, komm lang, Knie ran, öffnen. Lumpf, bei gering. Atme tief. Atme tief. Atme tief. Komm nach vorne. Tief. Liegestütz. Deine rechte Zehenspitze flippt. Deine rechte Zehenspitze flippt. Rechtes Bein hoch, komm vor, linke Fuß, komm langsam nach oben. Atme noch mal tief ein. Linkes Knie, Finger 1. Irgendwisschen schnell. Deine rechte Zehenspitze. Musik Komm langsam nach oben, Schulterkreis, ich muss immer mal wieder nach meinem Mikrofon gucken, wunderbar, atme nochmal tief ein, Achtung, über die Seite, und aus, tief ein, und aus, nimm deinen rechten Fuß hoch, Hände oben zusammen, komm tief vor die Brust, komm nochmal hoch nach oben, der linke Arm bleibt oben, der rechte Arm kommt zur Seite, und stell dich ab, atme tief ein, linke Seite, Hand vor die Brust, Hand nach oben, Nochmal, rechter Fuß, Achtung, der rechte Fuß kommt raus, tauch mal hier ab, einfach mal abtauchen, mal tief kommen, und dann wieder zurück lang, und dann wieder schließen. Atme ein, linkes Bein. Musik Raus, Achtung, tief. Und zurück, linker Arm durchkreisen, und tief, alles von vorne, nochmal einatmen, hier hoch, Crunch vor, tief, öffnen, überkreuzen. Da liegt mir was im Gesicht hier. Musik Atme tief ein, komm in die Rumfolge, ohne aus. Adler, und tief, rechtes Knie kommt mit hoch, und lang, komm tief, und lang. Kriege 2, komfort und tief nach unten. Liegestützt. Auftau. Rechte Zehen, Spitz herhies. Link. Langsam hoch. Atme tief ein. Aus. Und tief. Noch nach vorne. Und tief. Rechte Zehenspitze zuerst. Knips hoch. In die Seite. Ohne oft. Komm tief. Links hoch. Links hoch. Rechts. Langsam nach oben. Über die Seite in den Baum. Über die Seite. Atme tief ein. Und aus. Aus. Einmal machen wir's durch. Noch mit einmal Boden teil, okay? Alles gut? Ja? Gut. Einmal noch durch. Atme tief ein. Und Crutch. Raus. Und tief. Auf. 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 Letzte Zehnspitze. Flip. Komm in die Seite. Linke Seite. Flip. Vor. Vor. Komm langsam nach oben. Atme tief ein. Komm in den Baum. Und tief. Nochmal in den Baum. Bin ich eher in die Seite gefallen? Auf. Und tief. Atme tief ein. Hände oben zusammen. Komm in die Knie. Schieb dich lang nach oben. Mach dich lang. Durchschwingen. Einatmen. Nochmal die Hände oben zusammen. Vielen Dank fürs Mitmachen. Das war eine riesengroße Herausforderung, muss ich ehrlich gestehen. Zum Boden und so weiter und so fort. Aber ich hoffe, euch hat es gefallen und ich hoffe, man versteht mich einigermaßen. Ich wünsche euch jetzt einen wunderschönen Tag hier aus Maasholm. Mein Freund ist schon da und gibt mir die Jacke. Aber mir ist es jetzt eigentlich auch ganz angenehm geworden. Obwohl es wirklich echt sehr, sehr windig ist. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wenn dir das Video gefallen hat, dann drück auf jeden Fall auf den Daumen hoch. Vergiss es nicht und auf jeden Fall kommentiere. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Bye, bye. Danke. Oh, war's mir. Ja, super.